Schöne Grüße aus Lone Pine hier aus dem Koala Sanctuary. Wir sitzen hier gerade im Känguru-Gehege und chill ein bisschen mit den Kängurus. Ja, wie ihr seht haben wir nun ein Auto. Haben wir uns gestern an den Port Völkern gekauft, mussten ein paar Tage zwar warten, aber es hat gestern eigentlich ganz gut geklappt alles. Haben jetzt 3400 Dollar dafür bezahlt, Backpackerkram ist auch mit drin und gestern gegen 3 Uhr sind wir dann aufgebrochen, zweieinhalb Stunden Fahrt Richtung Imbil oder nach Imbil und hier chillen wir nun erstmal bei den Eltern von einer Bekannten aus Deutschland von uns und wir dürfen hier ein paar Tage nächtigen. Ja genau, das ist jetzt hier so eine Hütte im Wald quasi, also entgeben von Landschaft nur, keine Nachbarn zu sehen. Und hier leben auch allerlei Getiere, sowas wie Koalas, Kangus sollen hier wohl auch öfter mal vorbeikommen auf dem Gelände, Wallabies, was kleine Kängurus sind. Aber halt auch eine Menge Gifttiere und Insekten und sowas. Zum Beispiel zwei der tödlichen Spinnen, die tödlichste Schlange, Gift-Skorpione, da haben wir gestern schon einen gesehen und gesehen auch wieder getötet wurde, äh, Giftfrösche. Da gibt es eigentlich alles, was giftig ist. Eigentlich alles, was giftig ist. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017